Vor der Wache Köln-Mühlheim macht Polizeioberkommissar Paul Richter in diesen Sekunden eine kuriose Erdeckung. Was machen Sie denn hier? Ja, ich wusste nicht, dass ihr Streifenwagen ist. Ja, ich musste ganz schnell abholen. Ich wurde verfolgt. Und Sie sehen ja, ich habe so eine Rübe hier. Sorry. Und da haben Sie sich unter den Streifenwagen gelegt. Ja, ich wusste nicht, dass das jetzt ein Streifenwagen war. Ich war froh, dass ich hier unter so einem geschützten Auto war. Ja, das ist zu klein, da kommen wir nicht drunter. Und hinten ist ein bisschen mehr Platz. Was haben Sie drunter gemacht? Mich versteckt.